ja hey dieser von soviel am stadt und heute sind wir bei zuvor ist und er hat da die letzte mal fliegen gelernt haben um dort und deswegen habe ich ihn zweiten part gemacht noch zu schnell wie möglich und ja also wollte keine frage stellen warum ich hier so rückwärts von enteinander hochgeladen habt und um jeden fall nicht die wer weiß so und bin eben so ohne die bildung und so weiter wir auch wollen auch mal interessant wird man sagen und ja ich habe mir so überlegt heute machen wir nicht so ein hausbau und das können wir noch immer später machen weißt wir sind sowieso Prozent da gespeichert die also soll er mit seiner nur keine Ahnung was hätte ich sein aber geile mit ihm und ich habe mir so überlegt hier wenn die beiden Jagd zu machen und der von mir an ja und und das ist auch nützlich weil da können wir auch rutschdaten und und so weiter na 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 ich bin nicht da ich sehe gerade dass ich trinken muss und essen also essen geht ja noch Das ist aber gleich ein Inventar, ob ich was drin hab noch, überhaupt. Boah, das ist ja richtig dunkel. Na gut, dann ess ich mal einen Riegel. Ehm, eine Cola gibt's nicht hier, ne? Nee, nee, gibt's keine Cola. Schade. Also ich muss auf Kandiballen richtig achten, ne? Und ja, sehr freundlich zu uns. Wir haben gesagt, wir sind herzlich willkommen, aber sieht man ja. Sind die Klippen immer oder was? Oder ist es hier nur ein leeres Feld? Sieht so aus, es ist ein leeres Feld, das ist nur so. Ah, ich geh mal in den Wald rein. Da liegt was. Ja. Ach, da habt ihr's gesehen? Was muss ich jetzt so schleichen? Wo war das? Hast du grad gesehen? Das Stein nämlich auch mal mit. Vielleicht ist es ja nützlich. Da unten ist was. Ein komischer Stein. Oder soll es Knochen sein? Das weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Ja, Stück Holz. Wollte der Knochen sein? Dann ist die Welt von ganz allein. Oh, was ist das für den Kopf, Alter? Fliegender Kopf, blubowälele. Alter, wie viel hier... Dreck hier liegt, ne? Also, das ist abnormal. Richtig abnormal. Ich weiß auch nicht, wo ich hin renne, ne? Oh, da liegt die mal weiter. Ich glaube, da kommt noch dazu Wort. Bei dieser Welt. Da hinten. Diese schöne Wächter. Das ist ja schön nackende Serie. Die kommt noch dazu. Was ist das? Stein. Warum nicht, ne? Die fallen noch nicht runter. Na gut, die machen einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und diesmal habe ich da sind wir wieder. Da sind wir wieder und ihr seht da hinten, ihr seht, da ist ein Dorf. Und da gehen wir jetzt hin. Also, ich weiß nicht, was da ist, was los ist. Ich war noch nicht da, ich war nur hier so, eben so, wie ich war, ne? Da. Da. Siehst du das? Komm her. da hauen die ab, da hauen die ab, ne da sind da sind mehr im Dorf da sind zwei ich weiß nicht, ob die Angst haben von mir oder ich von dir also, äh Frieden, wie, ich komme aus Frieden ja komm doch her, Mann du hast dir Angst haben, Alter komm her, ihr das kann ich nicht hören jetzt kann ich aber machen, ohne Wort ich muss mal Medizin nehmen schon mit Sinul festig festig so sehen die Kandibalen aus 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 Okay, dann gehe ich mal weiter aus der Entfernung, weißt du, äh, warte mal, ich würde schon sagen, das ist ein Gesicht, alter, okay, hier mache ich, äh, erstmal Stopp, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like, würde mich gerne so freuen, und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare, so dass ich weiß, dass ihr mehr davon sehen wollt, und ich würde mal sagen, auf Wiedergeschauen.